Heute ein weiteres Unboxing, ich bin bei Saturn gewesen, musste bei diesem Angebot zuschlagen und es ist God of War 3, es ist diese Woche im Angebot, tja und da musste ich gleich mal zuschlagen. Ich muss sagen, es waren eigentlich wenige Spiele noch vorhanden, wo es erst seit dieser Woche ist irgendwie, naja, ich habe auf jeden Fall eins geholt, naja, wie schon alle immer sagen, ist das Cover nicht so prickelnd, ich glaube, es hat auch gar kein Wendecover, das werden wir jetzt mal sehen, ich werde es jetzt mal öffnen. Buch. Das ist mal eine schöne Blu-Ray, super Motiv, ist das geilste Spiel auf jeden Fall. Ja, und was sehen meine Augen da? Es ist mit Wendecover. Da ist natürlich auch super, eine Anleitung wieder schwarz-weiß gehalten. Aber auch super Motiv. Ja, das war das kleine Unboxing-Video von God of War 3. Peace, danke.